hey freunde willkommen zurück zu this war of mine ich weiß nicht mehr so genau was ich letzte folge gemacht habe aber ich werde es herausfinden müssen was zu entfüllen ich glaube nämlich dass wir die schule weiter ausgeräumt haben mit der säge hatte ich noch länger säge können wir noch mal herstellen was wir aber auch brauchen brauchen sind waffen ich habe keine lust mehr hier so deprimiert rumzulungern wenn wir nur durch raubsachen halten die wir brauchen wir können zwischendurch mal tauschen so hier dann sind wir auf jeden fall ein bisschen sicher herstellen wo rennt er hin abgefahren wo will er hin nach da jemand an der tür nein 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 macht das doch fertig ich will hier bruno haben ich hoffe bei euch ist alles gut warte wofür steckt er sich da will er mich angreifen hallo kommen sie schon nicht mehr schnell wieder weg wir leben mehrere blöcke von hier entfernt wir haben gesehen dass sie in diesem gebäude unterstuft gefunden haben als machbar wollten wir verweise und hallo sagen haben sie gemüse aus dem agat mitgebracht guten appetit äh klar danke sehr wir müssen einander helfen das ist aber nett und du da ach wie super essen bekommen komm hier das müssen Gemüse essen ne du kannst was kochen äh hier guck was nein fluchtisch heißer geh da hin du machst das jetzt nicht du hast das fertig ja auch wenn aber wir mussten das machen wir brauchten auch nahrung das war was zum heilen 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 und du guckst grad beim radio du mach mal ein bisschen schneller hin du mach mal ein bisschen schneller hin wir hören radio mit dem großmüll da müssen wir sie wieder rütteln das ach so das ach so das ach so nee das ist neu also ein Kollege von ihnen wurde erschossen boah ist das laut ein Kollege von ach so das sind direkt zweiten Mahlzeiten ist ja praktisch ähm ein Kollege wurde erschossen das ist natürlich traurig aber das könnten wir jetzt leider nicht ändern du beweg dich mal ein bisschen schneller naja er hat den Leuten nichts hinlassen das könnten wir auch herstellen dafür bräuchten wir nur mehr Waffenteile Dietrich und ich hab drei ne Schaufel hab ich auch noch für Messer hab ich zwei okay damit haben wir doch wieder alles erledigt was wir machen können und wir können den Tag beenden so wo gehen wir denn hin wer ist denn du bist nur hungrig du bist müde ah Marco gut müde hungrig wache stehen und im Bett schlafen das ist auch eine gute Idee die Schule ist langsam fertig äh ein älteres Ehepaar der Supermarkt ah da sind Kämpfe ok ruhiges Haus ok ok vorbereiten wo sind meine Dietriche da so und dann plündern wir mal das Haus aus so richtig sneaky peaky da durch jetzt da ist vorbei jetzt kaufe ich nur so ein Haus das ist auch gut gut ok wir müssen nicht mehr so in das Haus rein messen liegen schon im Vorgarten coole Sachen nope so da war nix gucken wir mal da durch ok da sitzt einer der steht da auf warum steht da auf der steht da auf ho 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 alles gut wir hier nur gucken was hier drin ist zack habt Mitleid lasst das liegen aaah nein nö wenn du mir nix tust du ich dir nix komm lass mich in Ruhe alter Mann was zur Hölle tust du ich mach hier die Tür auf brennt der jetzt weg ist er seine Vollzieher na gut soll die mal gehen ah Zigarette praktisch oder holt er jetzt die Schrotze und ballert mich weg gleich kann ich mir auch vorstellen ne kriege ich gleich so richtig die Schrotze in die Fresse ist so viel abgeschlossen ne warum schließt er in seinem scheiß Keller so viel ab ok ok hab ich jetzt ein Diedrich verschwendet ich fürchte irgendwie schon das ist natürlich ärgerlich boah hier viermal Fleisch Kräuter zack zack Zucker warten wir noch mal kurz noch mal eben was da vorne liegt die haben sich da oben hingesetzt ist ja schön verbannt super ähm das braucht ja nicht ich brauche alles was haben wir hier noch gucken wir mal eben was da oben noch ist ja wir sind ja in dem Schrank die haben aber viel ok 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 alles was ich stacken kann natürlich stacken so irgendwas ist draußen ganz ziemlich laut ich hoffe das hört man nicht ok ok was ist hier so ja nee doch das kann ich noch ja da kann ich noch was nehmen das ist halt ich sage erst mal wieder durchschlossen aber ich gehe jetzt zum Ausgang ich hab euch genug weggenommen war ja gut also nicht gut aber erfolgreich wir haben viel Nahrung bekommen das ist sehr wichtig können wir richtig viel kochen Was haben wir auch bekommen? Tag 11. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Aber es ist nichts passiert. Zack. Dann kannst du erst mal schlafen gehen. Und du? Du kommst dich hier mal ums Wasser? Ich sehe doch gar nicht, dass ich das gemacht habe. Das brauche ich. Einen Filter. Gut, dann stelle ich erst mal einen Filter her. Oder was brauche ich denn, um das aufzubauen? Aufzupeppen. Davon noch so viel Holz und davon. Okay, ja komm, du geh mal schlafen. Du gehst mal im Sack. Was brauche ich, um das hier aufzuwerten? Komm, ein bisschen schneller. Ähm, 40 davon da... Wow. Was ist das? Ein Mixer? Warum brauche ich einen Mixer? Dann gucken wir mal, was wir in der nächsten Folge so noch herstellen können. Und eventuell gehen wir nochmal in dieses Haus. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis dahin. Tschüss. Leider ist dieses Video schon zu Ende. Doch hier sind noch ein paar andere Videos, die dich interessieren könnten. Und falls du Lust hast, kannst du mich natürlich auch abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020